So, und damit willkommen zurück. Wie ihr sehen könnt, warte, 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 leucht, 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 okay, wie ihr sehen könnt, das große Abkacken. Ich bin immer noch dabei, den Titan anzugreifen. Ob das klug ist, wird man sehen. Aber vielleicht schaffe ich es ja, die Flotte zu vernichten. Die Sternenbasis steht jetzt schon schief und explodiert. Schade, das war teuer. Wir sehen aber den Titanen doch noch wegbekommen. Wenn nicht, dann war es das halt. Es ist halt doch recht anspruchsvoll, das Spiel. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Der Planet wird auch komplett kaputt gehen, ich kann es aber nicht ändern. Ich habe nichts mehr. Ich bin am Ende. Und ich habe einen Titanen und das war's. Meinst du, ein Titan nimmt schon guten Schaden, ne? So ist es nicht. Hier, wieder schönen Schaden gemacht. 40 Antimaterie und dann nochmal 70. Das ist halt schon, schon ein großer Schadenhut. Aber er müsste kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie nah er noch ran will, der Ragnaroff, aber... Mal gucken. Der Schaden ist da. So, jetzt will er fliegen. Sollte ihm nicht so gut gelingen. Außer er kann viel schneller laufen, fliegen, whatever. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfänger. Wir brauchen ein Ziel. Dann lasst uns mal ein paar Merkungen. Und für den Andreifen? Das nimmt sie uns nicht zweifeln lang. Ah, ich nehme einen großen Schaden hier. Vielleicht sollte ich doch ein paar Dinger bauen. Piraten sind unterwegs. Ja, das war klar. Und keine Kredits. Stirbt er jetzt? Komm schon. Der ist zu low. Ausgezeichneter Plan. Techcom, bitte komm. Over. Bomber bereit. Bomber bereit. Schön abbomben. Umdank hat Feinde im Anflug erfasst. Komm schon, den hast du doch jetzt. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Boom. Hau drauf. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Damit ist er zerstört. Ein bisschen mehr das da. Ein bisschen mehr das da. Streuschuss aktivieren. So. Aber hau drauf. Ja, der hat es überlebt. Das ist halt die große Frage. Sieht grad nicht so super aus. Nicht ausreichende Metalle. Dann kauf mal nach. Zusätzliche Credits benötigt. Der muss das halt schaffen, der Titaner. Der muss alles jetzt im Alleingang machen. Ja, wie immer halt. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Alle Geschütze bereit. Aber bisher schaut es aus, als würde ich die Schlacht noch gewinnen. Und dann hat der Lila halt nichts mehr. Der Orangen auch nicht. Dann kann ich theoretisch angreifen gehen. Nicht ausreichende Metalle. Theoretisch. Nicht ausreichende Metalle. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Guten Tag Commander. Schlachtschild. 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 Berechne Sprungkoordinaten. Schild ist nicht schlecht, aber boah. So, Titan, lebst noch. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ja, so eine Werft wäre natürlich auch sehr stark. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Ihr habt den Commander gehört. Ihre Befehle. Komm, seid hat Feinde im Anflug erfasst. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Wirklich schwierig. Ich kann halt jetzt... Jetzt brauche ich da halt auch nichts bauen. Piraten kommen auch noch unzählige dazu. Nice. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Warum auch nicht. Nicht ausreichende Metalle. Nein, der ist teuer. Ah, der Rote, der macht das schon sehr böse. Ah. Vom Geld geht's aber noch. Ihr Mangel an Verpflichtung wird bestraft werden. Wo ist mein Titan? Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Ja, da unten. Okay. Noch lebt er. Und kämpft. Kommander an Deck. Und scheint zu gewinnen. Da kann man nichts sagen. Der macht das schon. Der Gute. Kommsat hat Feinde im Anflug erfasst. Positiv. Weitere Forschung nötig. So, Flottenkapazität ist wieder voll. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das müsste ich halt immer noch irgendwie forschen. Der Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Auch nicht gut. Verbündete Truppen werden angegriffen. Was ist das hier? Ein Verbündeter hat den Bau eines Titanen abgeschlossen. Das ist doch schön. Zusätzliche Credits benötigt. Ein Verbündeter, das ist gut. Wo? Na, endlich. Welche Stufe hat der? Eins. Sieben. Das ist nicht schlecht. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Das ist natürlich wieder doof. Aber vielleicht können wir das alles noch schaffen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ihre Befehle! Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfeld. Er lebt noch, ne? Wir haben auch mein Gehl. Komm, sagt, hat Feinde im Anflug erfasst. So, bevor jetzt gar nichts mehr machen soll, wieder alles genau. Schön rum. Schön Traumschluss. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Wohin, Commander? Schilder werden wieder low. Aber auch dieses Schiff wird gleich vernichtet, wenn er nicht aufpasst. Auch wenn sie jetzt Stufe 9 geworden ist, ist sie gleich zerstört werden. Ich muss unbedingt mehr Leute hinschicken. Haben Sie was für mich? Ob das was wird, ich glaub's nicht. Aber okay, ich probier's. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Noch lebt der Titan. Das ist das nächste Großkampfschiff, das wir vernichten können. Er ist halt ja Stufe 8, ne? Da braucht man ein bisschen Erfahrung für Stufe 9. Dann kriegt er ein neues Level ab und dann geht's wieder zur Sache. Aber erst mal hinkommen. Spannender Kampf. Boah, der Schaden ist nice. Der kann sich schon sehen lassen. Angreifen. So, das nächste Schiff zerstört. Da ist noch so ein Schiff. Drohnenführer, weg damit. Ja, schöner Schaden. Der verständierte Verstärkung ist eingetroffen. Ich bin hier schlechter Althaus. Ah, der hat halt nicht so gute Schadenswerte. Ja, das ist das Problem. Der wird bald sterben, der Titan. Ja, und das wird dann teuer. Ja, endlich. Bin dabei, bin dabei. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ausgezeichneter Plan. Ihr habt den Commander gehört. Feindliche Truppen sind eigentlich... 7000 Leben hat er noch. Also hier so irgendwie Streuschuss machen, dass die alle ein bisschen abhauen. Nein. Komm, seid verfeindlich. Nein. Nein. Schade. 6000. Ich müsste die Schilde halt verbessern. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Mehr Kristalle benötigt. Na, noch mehr Kristalle. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Mehr Kristalle benötigt. Fahr mal aber bald die Kristalle auf. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Feuer bereit. Wie Sie wünschen. Bauwerk komplett. Mehr Kristalle benötigt. Oh, nee. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Was kommt da noch, der Gegner? Verwündete Truppen werden angegriffen. Titan, wie schaust du aus? Immer noch 6000. Okay. Er kämpft sich durch. Und das muss er wohl auch. Na, ich glaube, das ist eher Verschwendung. Alle Geschütze bereit. Oh, komm schon. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Komm schon. Okay. Alliierte Verstärkung ist. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Ja, komm. Wieso nicht? Wieso auch nicht? Oh, der hat ja einiges bekommen. Nicht schlecht. Boah, wir haben das echt verteidigt. Okay. Dann haben wir doch noch eine Chance. Nee, der macht das. Der Titan, der überlebt das schon. Wo ist das Ziel? Irgendwie. Oder ist er wirklich fast zerstört? Nee, der lebt noch. Krass. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Zusätzliche Credits verletzt. Okay, nice. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Dann haben wir das tatsächlich auch überlebt. Die Frage ist, wie lange. Weil auch das ist wieder verloren. Und der Rote, der macht Stress. Den müssen wir zurück. Die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist. Soll ich jetzt hier weiter angreifen und ein Stück nach dem anderen nehmen? Weil der lilaner ist jetzt auch low. Wenn beide low sind, dann... Naja, ne? Oder sollte ich es lieber lassen und sagen, nee, gut, Pechkart. Ich weiß es noch nicht. Wie viele Träger habe ich denn jetzt hier noch? Einer ist gestorben. Oh man. Teuer ist der ganze Kram. Hier gehört mir auch nichts mehr. Wo ist denn der? Gibt es nicht mehr. Ist zerstört worden. Ja, ich möchte schon wieder einen leichten Träger haben. Na gut. Der hat halt auch eine Riesenarmee hier. Und einen sehr starken Titanium. Ah ne, das ist unsere. Level 5. Ah, trotzdem, Level 5 ist nicht schlecht. Puh. Nachsetzen oder nicht? Das ist halt jetzt wirklich die Core-Frage. Die Kernfrage. Soll ich dem lilanen nachsetzen oder nicht? Weil eine große Flotte, Armee und so ein Zeugs habe ich nicht. So, wenn der Rote jetzt hier hinterher springt, muss ich zurück. Und zwar so schnell es geht. Wenn er sich hierhin begebt, dann sollte ich auch so schnell wie möglich hier hin. Bin dabei, bin dabei. Bin dabei, bin dabei. Das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. Ihre Befehle. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Forschung abgeschlossen. Ihre Befehle. Ihre Befehle. Ach ja. Aber ich glaube, ich springe wirklich hinterher. Und schaue, was ich zerstören kann. Weil es macht einfach Sinn. Alles zu vernichten, was man vernichten kann beim Gegner. Es macht Sinn. Okay, never mind. Ich muss verteidigen gehen. Ich muss es zumindest versuchen. Wenn der jetzt auch noch stirbt, dann habe ich halt wirklich verloren. Den muss ich treffen, soweit es halt geht. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfänger. Wir brauchen ein Ziel. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Bereit loszuschlagen. Und weg sind wir. Oh Mann. Oh, der splittet. Ah, lol. What? Der wurde herangezogen? Hä? Okay. Sollte er aber überleben können. Wenn er sich zur Basis stellt, müsste es gehen. Oder hat er hier einen Titan geschickt? Nein. Der splittet sich. Das ist natürlich meine Chance. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So soll es sein. Ja, die müssen angreifen gehen. Verstanden. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Bin dabei, bin dabei. Komm, Link online. So. Läuft. Bauwerk komplett. Unzureichende Mittel. Ja, genau. Das ist das Problem wieder. Piraten sind unterwegs. Schon wieder zu mir. Oh Mann. Der Hauptplanet eines Verbündeten wurde zerstört. Von nun an können wir keine Verstärkung mehr von ihm erwarten. Oh Mann. Ich dachte, das wird der Hauptplanet. Öh. Böse. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja, nee, den Rot nehmen müssen wir in die Schranken weisen. Und zwar jetzt. Wenn man die Schlacht gewinnt, dann können wir es vielleicht noch drehen. Ansonsten war es das. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Das ist dann einfach so. Nicht ausreichende Metalle. Ja, hätte ich aber gern. Nein. Verbündete Truppen werden angegriffen. Zusätzliche Credits benötigen. Knüffelig. Sehr knüffelig. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Fahren Sie fort. Techcom. Naja, der holt sich den Kram, das ist klar. Wie ist der Plan? Befehl wird ausgeführt. Ich glaube aber, es war doof, dass der Rote sich jetzt splittet. Ich glaube, das war richtig dämlich. Weil das hier sollte er nicht schaffen können. Auch den Titanen nicht, der jetzt am Level ist. Und dann können wir uns Stück für Stück das alles zurückholen. Hoffentlich. Der Orangene ist fast tot, er ist egal. Der Lilane, na, da muss man mal gucken. Aber ansonsten dürfte das schon machbar sein. So, ich brauche hier nochmal zwei Aufklärer vergatten, um ein bisschen zu scouten. Und das muss man halt sehen. Das wollte ich bauen, geht aber nicht. Da brauche ich erst wieder eine zivile Einrichtung. Wenn da was ist, werde ich es finden. Ich hoffe es. Was wollen Sie wissen? Ja, Sternenbasis. Ah, der kassiert. Das Blitten war dumm vom Roten. Hier, das stirbt da schon. Das ist gut für mich. Ja, der haut ab. Den kann man chasen. Und wenn ich klug bin, werde ich das auch machen. Zusätzliche Credits benötigt. Warte mal. Was jetzt, Commander? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ihre Befehle! Ja, ja, aber... Weitere Forschung nötig. Ach ja, ha, süß. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So, jetzt stirbt er doch, oder? Hier ist ein Träger. Ach, Träger. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugfinger. Ja. Wir brauchen ein Ziel. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Weitere Forschung nötig. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ah, ja. Der Planet wird fallen. Kann ich jetzt aber nicht ändern. Ich muss erst den Roten besinnen. Komm, sagt hat Feinde im Anflug erfasst. Dann kann ich mir das aber auch sparen. Weil das wird alles zerstört werden. Alle Geschütze bereit. Hat sich das erledigt. Übermittlung empfangen. Hier schaut es auch ein bisschen eng gerade aus, oder? Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ich meine, ich habe hier einen Titan und das müsste eigentlich problemlos sein, aber... Verbündete Truppen werden angegriffen. Der Titan macht es halt wirklich. Zusammen mit der Sternbasis hier, die auch voll ausgerüstet ist, ist es halt... ...gewonnen. Melde mich zur Stelle. Wir kommen seit Feinde im Anflug erfasst. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Wir haben schon ein Kettbewerb. Ja, das nächste Ding, das explodiert. Das passt schon. Ob ich jetzt da hoch wieder springen soll, weiß ich nicht. Der hat da auch einen Titan. Ah. Wer tötet die Piraten? Ja, weiß nicht. Knifflig, knifflig. Eine gute Frage. Ich könnte es ignorieren, aber ob das klug ist... Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Bereit loszuschlagen. Ich glaube, ich hole mir alle Planeten zurück. Ich werde jetzt als nächstes die Flottenlogistik aufbauen. Boom. Auch wenn die Instandhaltung hochgeht. Und ich forsche auf das Bomberschiff. Bomberfregatte. Und dann baue ich ein paar Bomberfregatten. Welche sehr teuer sind. Aber die sind gut gegen... Planeten. Ja, und da brauche ich so... Vier Stück oder so. Damit ich da wirklich mal Schaden machen kann. Der Planet wird leider vor die Hunde gehen, aber das ist halt so. Wow. Den haben sie gesäubert. Huhu. Ah, schade. Hilft aber nichts. So ist das halt. Hier müsste ich durchhalten. Und das hole ich mir... Das muss ich mir alles zurückholen. Wenn ich das alles bekomme, für mich jetzt... Dann könnte das wirklich klappen. Aber das muss man sehen, sobald es soweit ist. Nicht ausreichende Metalle. Berechne Sprungkoordinaten. Immer diese Metalle, die mir hier fehlen. Zusätzliche Credits benötigt. Nein, jetzt die Kredits. Das ist klar. Zusätzliche Credits benötigt. Aber es geht schon. Die lebt auch noch, die Sternenbasis. Der lebt auch noch, aber der muss sich ein bisschen anstrengen. KOMSAT hat Feinde im Anflug erfasst. Sie sind der Boss? Ja. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Das ist schon wieder zerstört worden, das Schiff. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Ich glaube, das nächste Großkampfschiff, das ich mir hole, wird ein Kolonieschiff, weil das nervt, dass ich die ganze Zeit Koloniezeugschiffe bauen muss, die die ganze Zeit kaputt gehen. Forschung abgeschlossen. Hier, holen wir uns das da und dann das Kolonieschiff und gut ist. All das nervt, das nervt. Ich hoffe, der Titan überlebt. Ich glaube, ich muss den Titan erst retten. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Jawohl, Commander. Sofort. Ich glaube, das ist das Erste, was ich machen sollte, den Titan von ihm zu retten. Mein Planet da oben, der wurde übernommen. Ja. Hilft halt nix. Das können wir abreißen. Den Rest behalten wir noch und dann müssen wir mal schauen. Weil sein Titan, der nimmt Schaden. Er ist auf 7000. Ja, vielleicht überlebt das vielleicht auch nicht, aber selbst wenn nicht hier in Stufe 8, Stufe 6, ich sollte da drauf gehen. Wir erledigen das. Verbündete Truppen werden angegriffen. Genau das ist das Problem. Um das ich mich kümmern muss. Zusätzliche Credits benötigt. Und dann wie gesagt hier Kolonisierer. Der wird auch teuer. Aber den will ich jetzt noch bauen, das verteidigen, bevor ich hier Ende mache. Elf Bomberstaffel, ja. Das ist schon gefährlich, ne? 6000. Also ich gehe hier lieber schnell hin und töte das. Die Schiffe. Weil der braucht so lang, nachher stirbt er noch. Hier, guck, da ist ein Titan. Den muss ich natürlich zerstören, ist klar. Sowas darf man nicht vergessen. Wir haben es noch nicht gewonnen, noch lang nicht. Das sieht sogar sehr schlecht aus, würde ich sagen, aber mit dem Titan, den wir haben, können wir es vielleicht wirklich schaffen. Der ist sehr, sehr mächtig. So, Kolonialkreuzer braucht Geld, Geld, Geld. Und zwar sehr viel. Die Loyalität geht leider auch runter. Das ist auch sehr nervig. So, springt's. Ja, da kommen sie. So, töten. Der muss jetzt springen. Jetzt muss er weg. Ansonsten wird's böse für ihn. Ah, komm. Wenn der so low ist, dann können wir den gleich so töten. Auf Level 10 braucht er nicht mehr lange. Und, boom. Tot. So, Level up. Märtyrer. Ja, geht drauf. Boom. Die Ultimate ist immer das Beste. Das ist immer. Und wir springen gleich wieder hinterher. Der entkommt mir nicht. Bei aller Liebe nicht. Brauch immer noch Geld. Aber ich hab's fast. Dann gibt's den Kolonialkreuzer. Und dann kann ich mit dieser Flotte rumspringen. Und mir alles holen, was ich brauch. Und gut ist. Der Rote hat jetzt ganz groß verloren. Der Orange schaut schlecht aus. Der Lila weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Aber wenn ich... Wenn wir das hinkriegen. Wenn ich die jetzt durch die ganze Galaxis jahre. Vielleicht klappt's. Vielleicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wenn nicht, dann nicht. Aber... Vielleicht ja doch. Boom. So. Und alle Antimaterie wird benutzt, um da drauf zu ballern. Boom. Und nochmal, weil's so schön war. Boom. Ja. Ja. Das sind Märtyrer, die sterben für ihre Sache. So, Kolonialkreuzer. Noch ein paar Stiletten. So, der Kreuzer stirbt gleich. Ja, der wird das nicht schaffen. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Der ist, der ist kaputt. Der ist kaputt. Mit dem nächsten paar Schüssen haben wir es. Boom. Seine Laserwaffen machen guten Schaden. Vielleicht schafft er es sogar, einen Träger zu zerstören. Aber im Endeffekt wird auch eher Verluste hinnehmen müssen. Und das war's. Tschüss, Titan. Komm schon. Boom. So. Damit ist das erledigt. Die kommen nach. Äh, Träger. Boom. So. Okay. Das. Das. Nee. Nee, so nicht. Kolonisieren. Das ist schon wieder das Wichtigste. So. Passt. So, Raketenfregatte. Wie viele Bomberfregatten habe ich jetzt? Zwei bloß. Ja, siehst du, ich wollte vier. Ah, die sind schon sehr teuer. Ja, dann bleibst du erstmal bei zwei. Jagdgeschwader. Leichter Träger. Nur sechs leichte Träger. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Aha. Ja, da fehlt mir noch einer. Dann brauche ich ja noch einen. Aha. Nicht ausreichende Metalle. Was jetzt, Commander? Ihre Befehle. So, da draufhauen. Bereit. Langsam voraus. Na, go. Nicht ausreichende Metalle. Ja, aber gleich habe ich die Kristalle. Oder Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Zusätzliche Credits benötigt. Ah, hier ist der Lilane. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Da muss ich jetzt hin. Okay. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsmecher. Muss ich helfen gehen? Auf mein Ziel. Äh, ich hole nochmal mehr Antimaterie. Die Daten sind unterwegs. Ich glaube, der ist so stark genug. Das passt. Damit ist er voll gelevelt. Höher geht's nicht. Der hat jetzt ganz viel Antimaterie. Also wirklich ganz viel. Und der Distanzschutz ist das stärkste, was ich habe. Das brauche ich. Überladen passt. Hätte ich vielleicht auch Stufe 3 bringen können. Weiß ich nicht, aber es ist egal. Der ist jetzt so geskillt und das ist okay. Vielleicht nicht optimal, aber für mich wird es reichen. So, der auch noch. Ja, und dann halt wie gesagt. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Airwing zur Verfügung. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Okay. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfänger. Wir brauchen ein Ziel. So, das müssen wir jetzt verteidigen. Mach mal, weil als nächstes hier mache ich erstmal eine Pause. Safe-Stat speichern. Und let's play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Immer mieux susionaden, über dich für euch acht. iminierst du in den Daumenmaschern, verknockt paradise. Immerbellbeschläge vielmehrt落 wird, że seid ihr damit dicke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017